Okay, dann drei. Boing, 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 hallo Leute. Hallo, 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 hallo. Was soll denn das, Ricky hat, er wollte, wollte ja runterzählen, er hat nur gesagt drei und dann... Ja, 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 ja. Ja, ich wollte erst, pass auf, ich wollte erst runterzählen, dass ich mir, eigentlich ist das dumm, wenn ich jetzt runterzähle, das ist eigentlich unmöglich. Und dann hab ich es einfach sagen gelassen. Ich hab einfach nur drei. Äh, ich hab ne Autobatter, wo ist die hin? Ich hab ne Autobatterie gefunden. Was? Wo ist die jetzt hin? Ach, Ricky, du Arschloch. Geh aus dem Weg. Was denn? Ah, okay, ich will... Warum explodieren alle? Was passiert hier? Du hast beide getötet. Wir haben Blocker. Wir haben Blocker. Hä? Warum wird hier Gas ausgeströmt? Was für ein Gas? Komm nicht mehr raus. Hier wird... Aua, aua. Nein, nein, nein. Komm da raus, Maeve. Komm da raus, komm da raus, komm da raus, komm da raus. Nimm Schaden da drinnen. Nö, ich kriege Schaden hier drinnen. Hier hängt da hinten irgendwo fest. Ich hab Radioaktivität bekommen. Und links, siehst du, dass ich Radioaktivität hab ich links bekommen. Ich glaub ich weiß, warum. Geh mal hier rein, Ricky. Wir haben Blocker. Na ne? Schade. Ich hab ihr gesagt, ich hebe ihn wieder auf. Da rein. Ist da Schaden drin? Nee, es ist ein... Mach mal zu. Ist das ein Trader-Tester? Ich kann nichts zu machen. Kannst du drinnen drücken? Da sind zwei Leichen und wir haben Blocker. Ja, hier sind auch zwei Leichen und wir haben Blocker. Wir sind unten und du oben? Oh, das ist ein Fahrstuhl. Das ist ein Fahrstuhl. Das ist ein Fahrstuhl. Oh. Oh Gott. Das hat Ricky gemacht. Der hat einfach eine HI hier reingeschmissen. Hier liegen ganz viele Leichen. Bist du in der Sauna? Ja. Bist du in der Sauna? Bist du in der Sauna? Bist du in der Sauna, ja? Mit der kann man einen Fahrstuhl fahren? Das ist ein Fahrstuhl, ja. Die Sauna. Bist du in der Sauna? Ja. Das ist das, was ich gesagt hab. Komm, wir fahren hoch. Oh, Sauna-Fahrstuhl. Boah, haben wir Platz da. Das ist schon warm hier, du. Ricky, wir sehen uns unten. Ach, das ist unten. Wir waren oben. Ich dachte, wir waren unten. Nee, 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 nee. Das sieht gleich aus hier. Hallo. Hallo. Hallo, bist du Traitor? Ja. Alter Stark. Ja. Ricky hat mich erst sehen, du wurdest sofort X-Dip gesprengt oder so. Also riesen Respekt. Das war eine richtig krasse Runde. Mokki hat die auch in der ersten Sekunde das, 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 der... Oh nein, Fully. Ich wollte einfach nur, ich wollte einfach nur Chaos stiften. Wir stellen das einfach vor mir, Hockey. Was soll ich machen? Ja, du hast jeden einfach sofort, also mit einem Schlag getötet. Das ist ja wahnsinnig. Der Zombie war ein bisschen fies, aber man muss ja sehen. Was war das bei mir und Fully? War das eine Ausfahrtzeit? Nee, ich war das mit meiner, mit meiner Granate. Okay. Bei mir stand, ich wurde von der Welt ausgeschaltet. Hat einer von euch so ein Gift aktiviert, was Ricky hatte? Vielleicht war das die Batterie, die du in der Hand hattest? Oh, die Batterie, die explodiert ist. Oh, die Batterie, aber ich habe keinen Schaden bekommen. Komisch. Hm. Oh, hier raucht es. Siehst du das? Warum kann man hier so schräg hoch... Oh, hier ist auch eine Sauna. Sean, komm mit. Bisschen saunieren? Ah, hier ist wirklich eine Sauna. Bisschen schon mal saunieren. Komm rein, jetzt ist ein Fahrstuhl. Pass auf. Ah, okay. Das sieht so übel aus wie so eine Traitor-Palle und ich glaube, ich bin jetzt auch tot. Und jetzt fährt man hoch. Oh. Und dann kann man hier raus. Okay, okay. Und du bist kein Traitor, der mich jetzt tötet? Nee, leider nicht. Aber es wäre ein guter Moment gewesen für einen Traitor. Ich bin da. Oh, hier ist ein Disco. Oh, hier ist ein Disco. Oh, hier ist ein Disco. Oh, kannst du etwas auflegen? Du bist doch halt... Oh mein Gott, ich kann wirklich anfangen zu singen, aber lieber nicht. Ach, die singen. Ich dachte, das ist ein DJ. Lieber nicht. Nee, das ist eine Sängerin. Oh. Warum ist hier so viel Blut? Aber okay... Wie geht das im Hocker? Habt ihr den eingeschossen? Cool. Es gibt voll viele Räume. Die sind über uns, ne? Ja, ich glaube auch auf uns. Okay, wir sind bald, wie ist das? Wir sind unter euch. Wir sind unter euch. Ah, wir wissen, wie wir hochkommen. Kann man mit dem auch nach oben? Ja. Okay, Leute, wir kommen zu euch, keine Sorge. Hä? Ach, wir waren oben. Das geht wohl doch nur nach unten. Oh. So ein dreckiger Flex-Sach, Uli, was ist denn hier vor? Na, ich höre, guck mal, das war da nicht. Ich bin da hinter dir. Hä? Moment mal, ich bin so voll. Warte, lass mal kurz, oh, warte, nicht an meinen Rücken gehen, bitte. Okay. Mave ist, glaube ich, Traitor. Ja, Mave ist weggerannt dahinten. Ja, ich bin fast tot. Er ist tot. Er ist tot. Überprüfe ihn. Ich sterbe, ich sterbe, ich habe noch 91 Leben. Ich glaube, ich habe ihn fast getötet. Er war es. Warte mal, Hockey, bist du es? Bro, er hat Zomber und mich angeschossen. Ich habe Schaden genommen. Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, ich habe da selber gekämpft und er hat mich fast rumgebracht. Okay, sorry, aber das war die Situation. Wir waren da hinten und dann... Oh, da ist Mogi. Ich will euch nicht stören, aber wollt ihr einen Zungen kriegen? Er war es nicht. Fuck. Ich weiß nicht. Okay, Ricky lebt auch noch, oder? Ist so zahmer. Schaut ihn euch an. Scheiße, dann legt noch jemand. Also, eigentlich ist nur noch Hockey. Nee, Ricky, oder? Warte mal. Dann lebt noch einer. Es ist Hockey. Aber warum war Ricky noch in der Anzeige? Oh, Ricky lebt echt noch. Wo ist Ricky? Den, den. Das war nur Fully. Es war nur Fully. Wer hat Mogi umgebracht? Wer war das? Das ist immer das Problem an diesen Zugmaps. Wenn die in zwei verschiedene Richtungen laufen. Hallo? Oh, bitte. Komm, ich hinten raus springen? Hallo? Ja, hier ist vorne. Komm, wieder zurück. Wer ist noch übrig? Die Chance, sich gegenseitig zu finden. War immer das Problem an den Zug. Hätte ich so ein Radar oder so, würde es mir vielleicht noch weiterhelfen. Aber so. Ich meine. Huh. Nein, Bro. Oh mein Gott. Ich hatte keine Muni mehr. Ich hatte keine Muni mehr. Oh mein Gott. Ich hätte es geschafft, hätte ich noch Muni gehabt bis zum Schluss. Ach, das ist doch ärgerlich. Das ist fürs hongrige Schwein. Du hattest auch nur zwei Minuten Zeit zum Nachladen. Okay, das ist ein guter Punkt. Ich wollte sie zum hongrigen Schwein einladen. Und dann hat Fully mich erschossen. Das Schlimmste, Fully war nicht mal der Traitor. Nee. Nee, pass auf, pass auf. Ich hatte nur noch 15 Leben. Ich war generell on-edge. Und ich dachte, du wärst der Letzte, der übrig ist. Weil es ergab eigentlich Sinn von unserer... Deswegen bin ich reinkommen und wollte mit euch ums hongrige Schwein reden, weil ich Traitor bin oder was? Zu meiner Verteidigung, zu meiner Verteidigung, wie oft bist du schaufig zugegangen, hast mir irgendwas erzählt, hast mir eine Frage gestellt und mich erschossen, bevor ich antworten konnte. Nicht so oft. Doch. Jo, Sean. Wieso hat gerade der Zug ge... Pass auf, pass auf. Hat seine Feucht gemacht? Wie bitte? Lass mal eben. Hockey hat gerade gesprayt. Hat einer von euch... Oh, wir gehen mit uns hongrige Schwein, Junge. Sprayt mal nochmal. Ja, Guardian. Ist das hier das hongrige Schwein oder müssen wir dafür runter? Das ist hier das hongrige Schwein. Ne, hier ist... Ach, das ist auch noch das hongrige Schwein. Nein, hier ist überall das hongrige Schwein. Nein, hier sind Sitzplätze. Hier ist kein Restaurant. Klar ist das hier auch, da oben. Die Sitzplätze sind viel zu eng, um das voran zu sein. Aber hier ist auch nichts. Die wollen die Mehrwertsteuer sparen. Wie, hier ist... Keine Sitzplätze an. Hier ist doch ein Menü, hier ist ein Menü. Hier ist ein Menü. Ah, hier. Keine Sitzplätze heißen noch, wenn du... Sobald du Sitzplätze anbietest, musst du 90% Steuern zahlen. Girl, Rocks, du? Einfach... Keine Stühle, einfach Stühplätze. Lab of Meat. Pulli, kannst du mal die Storzeiten versuchen, hier... ... in der gepflegten Unterhaltung im Restaurant zu... ... äh... Ja, und das ist ein Grund, so rumzubrüllen. Die Menschen wollen einfach nur im Restaurant sein, und er schreibt auch... Ja, hier ist es wohl nicht. Darf ich durch? Ja, ich schwöre. Darf ich durch? Oh, komm. Wer hat die jetzt schon wieder reingelassen? Mein fucking Gott. Weg, 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 weg. Das muss einer von den anderen drücken gewesen sein. Haben wir die nicht erschießen? Vorsicht! Ja. Doktor Mann. Freunde, das Fleisch wird aufgetischt. Oh nein. Ja, lecker. Ey, Maeve, darf ich kurz... Das war einfach auch ich doch. Ich bin in der letzten Runde, was war da los? Komm mal, komm mal, komm mal. Ich renne weg. Bro, meinst du, meinst du, Riki ist, Trater? Er sagt so aufhändig, die ganze Zeit, das Rutschen-Diegel ist. Hallo, Riki, was geht am besten, Freund? Was hast du gerade gesagt? Ich glaube, der hält sich für einen Traitor. Ich liebe, dass du hier bist, das habe ich gesagt. Findest du das, dass der dich für einen Traitor ist? Wie kann ich dir beweisen, dass ich kein Traitor bin? Also das Ding ist, schau mal, der Amongst wurde gedroppt und alle von uns vier haben schon gedacht, okay, es muss einer von anderen sein und trotzdem sagst du so siebenmal oder so, es muss einer von anderen sein, nie Burger oder Slap of Meat. Genau, genau. Und wenn du so setzt, so breit bei dir... Weißt du, ich hab ein bisschen Angst vor dir. Ich wusste es. Ich hab euch gewarnt. Wie schnell ging das? Oh, Mech! Alter, ich hatte mir so einen Riker bei dir. Ich war mit einem Arscher, 2, 1, okay. Das war so witzig, wie Ricky mit Hoki draus diskutiert hat, ob Ricky ein Traitor ist. Und ich einfach... Ja. Und du kaufst nur Holy Grail. In meinem eigenen Laden. Aber da hab ich da wirklich einfach zu kurz. Ja. In meinem eigenen Laden, ey. Mech, hast du auch kälter? Geht mit seinem Schiff unter, Mogi. So musst du das sehen. Ich hab mich mit Mogi unterhalten, ob der andere Traitor Traitor ist. Hast du Mogi in die Luft gejagt? Weil ich bin zuerst gestorben und ich war noch irgendwie sein Guardian. Es war ganz seltsam. Ich hab eine Holy Handclad reingeworfen und da sind alle gestorben mit. Also außer Fully. Der Fully natürlich wieder nicht. Oh, hier, guck mal, hier ist das Schiff... Der Zug gehört dem Block an. Hier trinkt einer Monster Energy. Ich hör das genau. Habe ich recht, Ricky? Aua. Mhm. Er ist immer Traitor. Wer ist immer Traitor? Hallo, kann ich mal hier... Du? Ich nicht auf den... Doch, ich kann auf den Tisch. Du musst nur auf den Tisch. Nee, ich war nie Traitor hier in den Runden. Oh, hier ist ein Verlil. Also doch, einmal die erste Runde und dann hat mich Ricky ja sofort gesprengt. Aber letzte Runde. Aber letzte Runde warst du... Nee, die allererste. Aber Skatemap warst du auch mal Traitor, oder? Letzte Runde warst du Traitor. Nein, ich mein jetzt... War ich einmal Traitor? Weiß ich nicht. Johnny ist an unbekannten Schaden gestorben. Ich weiß nicht, was unbekannter Schaden ist, aber er lag einfach tot. Warte mal, der ist doch dann mit Dingens losgegangen. Vielleicht hat Johnny ausrufezeichen Killer auf eine Maustaste geliebt. Warte mal, mit wem war Sean unterwegs? Ich hab Sean noch nicht... Aber ich glaube, ich hab Sean... ...schon ewig nicht mehr gesehen. Okay, aber Traitor ist egal. Seit ich ihn mal getwittet habe, hab ich ihn nicht mehr gesehen. Oh, hier. Der war doch gerade bei uns. Ah, hier ist es von mir wieder. Nee, warte mal. Er ist weggegangen und dann kamst du. Nevermind. Aus meiner Perspektive. Oh, hier ist er. Oh, Disco. Sean war Traitor. Der wurde erschossen. Die armen Sau. Da chill die anderen. Wer von euch hat schon erschossen? Das war Hockey. Okay. Und er hat mit... Das ist gut, er war Traitor. So nicht, Mech. So nicht. So nicht. Ich hab mich sogar schon fertig gemacht, dich zu töten, Moggy, aber du warst viel zu schnell, Alter. Ich hab direkt gesehen, dass du sowas gehört hast. Ich hab's nicht gesehen, ich hab's nur gehört, Jungs. Diese Bananenbombe von dir, Sean, Moggy hat die überlebt, einfach nur, weil er da in einem Schrank drin war. Moggy, da muss ich ja schon pre-firen gegen dich so gut bist du inzwischen. Das Beste für Steck gegen eine Bombe. Ja, ernsthaft. Der Schreiber hat geschützt. Ist das ein Teleporter hier? Nee, 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 so auch nicht. Nee, 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 Moggy, so nicht. Was sind Muten, die sich alle so die ganze Zeit random, Johnny, was soll denn das? Kann man hier aufhören? Entmute dich mal, Riki, du Arschloch. Nein, er soll sich muten, nicht entmuten. Stimmt, ja, ja. Halt die Klappe. Hat Matthews halt die Klappe zu dir gesagt? Oh, bist du so frech zu Johnny? Der war sauer. Aua. Ich bin detektiv, ich darf das. Wo gab's denn jetzt überhaupt der? Hat der eine gute Faffe gehabt? Ich wollte eigentlich nur so zwei Schuss reindrücken. Ich wüsste nicht, dass ich ihm diesen Kopfschuss direkt gebe, aus Versehen. Ja, der ist direkt umgekippt. Warte, ich kann doch bestimmt rerollen, oder? Ich hab nur einen Coin. Okay, wenn Trader dann haben wir es. Ich reroll erst mal. Ah, dann hab ich immer noch keinen Wiederbeleber. Er schießt ihr euch hier gegenseitig? Mach du, mach du. Nee, will schön, hey, ich drück, ey. Okay, okay. Hey, wieso geht das nicht zu? Okay, Johnny, meine Mission ist, dich wiederzuholen, diese Runde. Ach, nein. Hast du so einen Trader gesehen? Mama ist auf dich geschossen. Was soll das denn? Wir brauchen DT-Punkte zum reroll. Oh, ich hab volle Ausrüstungspunkte bekommen, danke. Ich hab hier einen Trader gekillt, weil... Ja, ja, perfekt. Perfekt, ich kann noch einmal rerollen. Oh, ich hab einen Defibrillator. Auf zu Johnny. Auf zu Johnny rüber. Wir müssen hier mal durch. Ja, komm rein, komm rein. Ach nee, wir müssen wieder raus. Ich glaub, das ist das falsche Stockwerk. Wir müssen wieder raus. Wir müssen wieder zu einem hummigen Schwein. Ich steh immer bei euch mit. Aber mach uns... Ich auch, Juhu, ist eine riesige Runde. Mach das, das ist doch nicht kaputt, Jungs. Wir haben eine wichtige Mission. Nö, nö, nö. Ich kann ja über jemanden energy im Volk. Ich hab schon, was passiert. Aber er ist ein Traitor gewesen, das ist egal. Also, wo... Ja, hier, hier, hier ist, hier ist richtig. In dem Bereich waren wir. Ja. Okay. Ja, ja, ja. Oder? Oh, da wird's doch schon werben. Der Mann der Stunde. Oh, ein Stuhl. Dafür haben wir die ganze Runde gehasst. Ich bin ein bisschen schwächt gerade. Ja, ja. Um dieses kleine Upsi von mir wieder zu beheben. Willkommen zurück. Er ist innocent. Du bist gemutet, das ist okay. Ja, du bist gemutet. Oh, meine, meine Besten, meine Retter. Yeah. Das tut mir leid, Johnny. Ich war ein bisschen zu... Das war so süß von dir, Maeve. Zombie? Das ist Zombie jetzt wieder ane. Na ja. Das ist mein guter Zaubertrick, den mocht ich. Ich hab so Angst, dass ich instant widerstehe, Maeve. Einfach im... Ich wollte dich nicht vertösen. Du bist einfach so schön gestorben. Das war so krass. Aber... Du hast mir ungewollt... Nee, jetzt schon. Das war noch... Mit dem Zaubertrick bin ich in einer Runde aus dem Zug. Dann konnte ich neben dem Zug herlaufen. Aber da hab ich mich einfach umgebracht, weil... Kannst du jetzt irgendwas Schönes für dich tun? Ja, den zweiten Trailer töten. Das wär super. Wer war denn mit Fully im Team? Ich mein, Hockey und Sean diskutieren viel. Wahrscheinlich Sean wieder. Aber die Hockey und Sean hätten mich schon lange umbringen können. Ich hab... Sean ist safe, oder? Du bist die ganze Zeit Traitor. Nein, Sean ist... Sean und ich sind, glaub ich, safe. So wie Zombie auch. Wir bitchieren die ganze Zeit. Ja, aber ihr könnt nicht safe sein. Die Zombie ist auch Zeuge. Das kann nicht sein, tatsächlich. Johnny ist Groove und Inno-San. Dieses Dreier-Team-Start. Und so, natürlich, das andere Dreier-Team. Ich hab bereits Traitor gekält. Also, wenn Morgi Traitor ist und er Fully gekillt hat, nur damit wir Johnny wiederbeleben, das wär so geil. Das wär so ne dreckige Aktion, aber die Schüsse wäre der Hammer. Und Fully wär so sauer. Oh, jetzt ist, glaub ich, jemand gestorben gerade noch. Das ist ja keiner was tun. Das ist so ne Morgi-Aktion. Hast du nen Stuhl kaputt gemacht? Geht da die Tür? Oh, hier ist ein Traitor-Tester. Ich bin hinter den Gitarren. Gespalten der Zunge. Okay. Johnny, komm mal hin. Komm mit Johnny. Johnny, komm. Das ist seltsam. Ich bin kein Traitor. Geh mal da rein. Oh, ich trau mich nicht. Ja, das stimmt. Du bist ja früher. Wie so geh ich da jetzt rein? Was? Es wär so witzig, wenn jetzt Traitor-Alarm losgeht und er dich erschießt da drinnen. Macht der Zug die Hupe, weil wir Traitor-Tester sind? Ja, aber die beiden Lampen leuchten und die grüne Lampe leuchtet. Ja, aber ist das jetzt zu real, als die Leute drin waren? Jetzt ist die Frage, ne? Hat Johnny das entschärft? Wir sind jetzt verschmolzen, wie die Fliege und der Typ. Ja. Oh. Wer ist das denn? Richtig ist so. Morgi, wieso bist du jetzt für Triki verbündet? Entschuldigung, ich hab ne Kiste weggeschossen. Aber ich warte. Äh. Was ist da oben? Lass mich mal durch. Lass mich mal durch. Ja, lass mich durch. Rutsch mal. So. Ah. Es kommt zurück. Jetzt du, Maeve. Oh Gott. Ah, ich hab eventuell... Okay. Hast du nur einen, hab ich schon gemacht? Sean erschrofft jemand beide innocent. Es ist Ricky. Wir haben unten einen Tester gemacht, also Ricky ist es halt, aber... Was machen wir jetzt? Oh, das Zombie ist eine sehr, sehr wilde Zombie-Runde natürlich. Kann auch sein. Nein, nein, es ist Ricky. Ich weiß nicht, wo Ricky ist, der ist halt verschollen gerade leider. Ich habe ihn gerade da oben neben dir stehen gesehen. Was soll denn das, Mogi? Mogi, ich dachte wir sind ein Team. Mogi, ich dachte wir sind ein Team. Ich dachte, die kommen wieder hoch. Wir kriegen ihn auf einmal da als Bub für Karl Ries, aber das soll ich nicht machen. Mogi, das Leiche liegt da ja unten. Kann ich einfach oben raus? Wo ist Ricky jetzt überhaupt hin? Da ist er uns zugegangen wahrscheinlich. Ricky, bist du morrigen Schwein? Immer muss man hier einen suchen. Ricky würde hier irgendwo eine RP-Runde machen. Der wird irgendwo hier rumstehen wie der MPC. Auch voll schön hier. Du musst die anderen nachher zeigen, den reinen Raum. Der ist ja super. Ricky! Ach nee. Willst du doch hochklettern? Oder sterbe ich dann? Ricky, ergibst du dich? Oh, hallo, Maeve. Hallo? Wir haben Ricky verpasst. Ach, du bist über mir. Ich habe schon gewundert, warum du so laut bist, aber... Kann ich da hochklettern? Ich stehe so über dir. Was ist das für ein Materie? Ja, das war nicht so einfach, da oben zu klettern. Ricky ist bestimmt dann die Treppe runter und wieder... Ich glaube, Ricky steht irgendwo und macht eine MPC-Runde, oder? Er ist hinter dir. Guck, er hat dich erschossen. Warum hast du Maeve einfach erschossen? Oh ne Sau. Oh. Uh. Wohl ich warst hier nervös. Da ist es mir nur ein paar Sekunden gewesen. Ricky stand einfach rum. Da war doch niemand mehr übrig. Dann taucht Ricky auch rein. Da haben wir so ne nette Runde gemacht, mit Innocence wieder Belieben und so. Und dann holt sich da so Minus-Kammerwände noch ab. Ich meine ja, unter drei gesprochen hat, dann würde ich rechnen. Ich war buffed Karl im Pool und dann war ich buffed Karl unterwegs im Zug. Ich renne von Mogi immer weg jetzt. Bei mir liegt hier sogar meine Leiche vor mir gerade, das ist komisch. Muss man auf die schießen. Ja. Was ist das für ein Toaster? Nein. Ich hab nicht mal ne Waffe. Ricky meinte, dass dann irgendwie so ein Giftgas kommt, wenn man die abschießt. Ja, ja, aber das war ich mal. Okay, muss dich mal muten. Ricky bitte. Ich bin auch gewohnt. Ich war mit schon unterwegs. Nein, das hat abgewärmt. Das ist nämlich robuste Batterie. Schon okay. Ich glaub, der hat uns angelogen. Gut. Hast du schon die Dings gesehen? Ich glaube auch. Das Bad. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Oh mein Gott. Da, wo wir gerade waren oder was meinst du? Ich weiß nicht, ob du dabei warst. Ich glaub nicht. Warum? Ein schwerverletzter Fully. Aha. Oh. Oh. Guter Guess. Oh. Noch nie Glück. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie ungünstig. Wie ungünstig. Der wurde geportet und hab dann einfach die Schildkunde genau in jemand geworfen. Wie läuft das passiert? Ich liebe es auch. Wie viel. Ich hab Fully auf 5 ins Spiel runter geschossen. Fully stellt sein Turret auf und hinter ihm durch die Tür kommt ein Wave und schau. Ich dachte die kommen aus der anderen Tür. Ich war so überzeugt, die kommen von der anderen Ecke. Ich hab den Turret nicht mal gesehen. Ich hab da gesehen, Hockey liegt da tot und Fully ist schwer verletzt. Ich sagte auch, dass er noch richtig auf seine Nase gesetzt hat. Und Rikki legt so eine Schildkröte gerade irgendwo hin. Oh. Ey Fully, mir ist schon aufgefallen, dass wenn ich mit dir in einem Raum bin, dass du mich töten wirst. Okay. Soll ich dich jetzt töten? Nein, bitte nicht. Aber ich hab immer Angst vor dir. Aber er hat Angst? Ich hab dich nur erschreckt, Mann. Ich hab dich nur erschreckt. Ich hab nur erschreckt. Das ist cool, ne? Hier ist du für mich. Was ist das hier für Anloggen? Oh. Hockey ist Traitor. Na ja, danke für mein zweites Leben, denke ich. Warte, warte, Hockey. Was hast du denn? Na ja. Na ja. Was war das? Hockey hat das Gift ausgefuckt. Das Geschenk. Hockey hat das Gift ausgefuckt. Hockey, warum explodiert hier alles? Was? Warum, warum mein Barnekel? Warte, ich muss nachladen. Ich auch. Warte, warte, warte. Ich muss nachladen. Warte, warte, ich muss nachladen. Du Idiot. Warum ist Ricky überhaupt noch eine Waffe unterwegs gewesen? Meine Waffe war leer. Ich hab drei mal ein Geschenk dropped. Aber das Geschenk kann einen doch heilen, oder nicht? Welche Rolle hat Ricky? Es hat eine 25-prozentige Chance, zu explodieren, glaube ich. Irgendwie so. Ja, er hat voll das Gamble-Alpha gemacht. Ey, explodiert auf mein Auge, ich steh mir. Ich dachte, er zieht dich mit in den Tod tatsächlich, Fulli. Vielleicht hat auch Angst kurz. Aber war eine starke Runde, Fulli, am Ende. Der Fulli hat serviert. Mogi, da war ich enttäuscht von dir, muss ich sagen. Wo die ist die ganze Zeit Traitor, Maeve. So wie du mich fertig gemacht hast, du hättest das eigentlich Fulli fertig machen müssen. Wollte ich ja auch. Aber ich dachte, man kann mit dem Gegner. Der ist ja vollkommen außer Kontrolle gewesen. Und dann geht Ricky rein und hat nur einen Schuss im Magazin. Ja, das hab ich verdient. Ja, das war das Schlimmste. Ricky hat den so leicht noch killen können. Und da kommt Johnny rein. Und Johnny kommt das Dritte rein. Und er läuft das Einzige an den Barnecke, in den keiner vorher reingelaufen ist. Also es war wirklich... Ach ja. Ihr wart die drei von der Tankstelle irgendwie, ne? Bitte? Die Mikrowelle. Ist Ricky schon tot? Ist Ricky schon wieder tot? Mann, Ricky ist tot. Ja, Ricky wurde von Thornberg geklärt. So schlecht, Ricky. Aber was war Ricky? Schalt mich an! Schalt mich an! Thornberg wollte sich, glaub ich, einfach rächen an Ricky von der Runde da vorne. Das geht nicht. Ich hör nix. Man kann nix machen. Aber ich hab den Ton auch aus. Also dieses... Oh! What the fuck? Oh, okay. Johnny ist es. Johnny hat... Oh, hä? Was ist das denn für Johnny? Ja. Ja, ja, ja. Der wird kalt gemacht. Der Amazonas. Hat das nicht geklappt mit dem Barnecke? Hier ist noch ein Barnecke irgendwo. Anscheinend hat's nicht geklappt, Mann. Oh, Mann. Warum hat der Barnecke nicht geklappt? Den musst du an die Decke hängen, Johnny. Na, das ist ja schon... Schon klar, oder? Ich bin drin, ich bin drin. Okay, warte. Das ist ja ne... Nein, was ist das? Als ob ihr jetzt alle von ihm gekillt wurdet. Das ist ja mies. Oh, nee. Fuck, fuck, fuck. Moment, ich muss nachladen. Moment, Moment, Moment. Von ihm wurdet ihr gekillt. Ich check's. Shit! Oh, Sean, du bist ein Monster. Der Barnecke hat so viel besser geklappt, dass er das sollte. Das gibt's auch nicht. Ja, der Barnecke war richtig gut. Das war dein Barnecke, oder, Fully? Ja. Ich wollte auch direkt einen machen. Meiner hat nicht geklappt, wenn wir schon gehört haben. Da hast du mir so gemacht, dass es mich erschießen, während drei Leute hinter mir stehen. Ja, aber das... Ja, aber er hat ups gesagt. Das war okay. Upsi! Naja, ich wollte ja, dass die dann da hinterher kommen und den Barnecke bringen, aber... Hoppla! Ah, oh, okay. Thomas war ich da eigentlich gar nicht so... Hoppla! Hätte es geklappt, wäre es geil gewesen. So, Mogi, wenn... Ich hoffe, ich treffe jetzt auf Mogi. Hey Maeve! Hey, Johnny! Du willst auf Mogi treffen? Ja. Oh no. Mogi! Maeve such dich! Ja, ich... Ich kann mit dir darüber reden, Johnny. Du hast mir gar nichts zu sagen, ich bin... Oh! 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 Die sind alle tot! Die sind alle tot! Aua! Ich krieg Schaden! Ähm! Ähm! Ah, ich hasse das, wenn das passiert. Das Team Liebende mit den beiden. Ich hab mich... Ja, ähm... Ihr hab mich schon gefragt, wo mein... Wo mein Teamkollegen ist. Wir lieben uns! Ah! Wir haben 271 Karma bekommen. So viel Karma für uns. Was ging da eigentlich ab? Ich war so verwirrt, warum ich ein Innocent killd. Ich war so verwirrt, warum du plötzlich gesprengt wurdest. Aber steht beim Tod nicht da, dass ich äh... Team Liebende bin? Nein, ne, ne, ne. Ah, nur Innocent. Oh! Okay, dann verstehe ich. Ich hab mich schon darauf gefreut, dass du jetzt 500 Karma verlierst oder so. Und dann hab ich nicht mal Karma für bekommen. Wow! Das passiert nur dir, Borgi. So, so, so ist das Spiel. Einfach mein Teamkollegen geklaut. So geht das nicht. Wer war ein Armor? Warst du Armor oder warst Zombie Armor? Ne, ich war Traitor. Wer war Cupid? Wer hat eigentlich zwei verbunden? Ich dachte mir wäre Cupid gewesen. Stimmt, irgendwer muss das sein. Ich war nicht Cupid. Ich war Traitor auf jeden Fall. Hockey war mein Traitor-Kollegen. Ich wurde beraubt. Ja, klar. Ich war's nicht. Ich wurde einer guten Runde beraubt. Ah, Fully wieder Traitor? Jede Runde? Lass Fully nervös machen, nicht nur Golden Eagle. Es ist definitiv Fully. Oh, nimm die Golden Eagle. Wieso ist das, was? Fully ist Proven? Warum haben wir den Detektor gekillt? Ich bin Proven. Aber ich bin gefährlich. Der Detektor hat sich selbst abgeschossen. Achso, und Fully ist es nicht. Wer hat denn geschossen? Und Fully. Fully ist Proven. Easy. Dann ist Fully jetzt der neue Detektor. Aber ich hab noch einen Schuss, Borgi. Okay. Aber ich hab die Mütze auf. Warte, Fully. Auf mich. Auf mich. Auf mich. Johnny ist Traitor. Auf mich. Stopp, stopp, stopp. Er hat jetzt aber nicht auf mich geschossen. Die beiden mit weißem Anzug sind keine. John auf mich geschossen. Warum wäre denn... Ja, okay, okay. Warum ist es die Chance? Johnny ist Traitor? Hä, warum? Hä? Sean kann nur noch zwei Leute ins Überhorn? Nee, Ricky ist auch. Ja, Sean und Johnny. Ich dachte gerade, ich hab einen Fleck auf dem Monitor. Schau, was ist das hier? Ja. Eine Patron... Eine Granate, die da liegt. Johnny, wir waren weg von der Gruppe. Ich glaub, das ist ein bisschen perfekt. Er läuft weg und sagt Scheiße. Ja, komm, wir jagen, Johnny. Ja, war's. Warum bist du weggelaufen und hast du Scheiße gesagt? Das hat keiner gesehen, so Ulti. Boah, Johnny hat da richtig viel Minus mehr. Ja, wir waren kein eigenes Team, Zombie. Mein Traitor-Kollege ist in meine Sharktrap gelaufen. Aber bei mir stand Teamliebende und... Ich kann ja auch. Ulti? Ja. Hat man die Musik denn gehört wenigstens? Ja, ja. Da war Fat Party. Ja, das war Timesplitters. Okay. Ihr müsst es mit eigenem... Ich bin doch nicht wieder umgezogen! Was war da? Oh, ich bin schon wieder da. Ricky, du bist immer noch nicht die Uses. Oh, das ist Timesplitters. Morgi kennt das natürlich. Glaube ich. Oh Gott, ich dachte, ich falle jetzt hier durch. Ich könnte den... Ach, ich kann den Traitor-Test nicht benutzen. Ich muss hoffen, dass hier einer herkommt, weil dann können wir den Zug nämlich... ...dröten lassen. Katze. Streicheln. Wo sind denn alle? Ich bin einfach ganz alleine auf dieser Map. Da sind ganz viele. Ich geh einfach weg. Ich geh einfach weg. Ich geh einfach weg. Nee, nee, nee. Von wo? Ah. Von da. Hey, Jungs. Ich hab ihn gar nicht gesehen, ey. Ich hab ihn auch zu spät gesehen. Ich war die ganze Aude alleine unterwegs. Obwohl Lee wechselt die Waffe so schnell wie möglich. Ich war so lange alleine unterwegs und dann sehe ich Zombie da so und denke, oh, das ist ein Freund. Nein, nein. Und dann geht Zombie nur zurück und ich geh lieber weg. Und dann ballert ihr auf ihn und denkt nur so, okay, dann sind die beiden schon Traitor. Ich hab getanzt mit Maki. Warum ist Fully überhaupt schon wieder jede Runde Traitor? Hey, hey. Dafür war ich letzte Runde gar nicht Traitor. So gut wie nie. Gute Arbeit, Maeve. Ja, das war richtig gut von dir. Ja, ich wollte einfach zu Ricky nur und dann hab ich die zweiten Traitor gefunden. Ich wollte eigentlich nur einen suchen, der mit mir den Zug einmal dröten lässt. In den Traitor-Tester halt, ne? Ich hab halt so, ich hab halt gesehen, Maki wurde mit einer Autosniper erschossen. Hab so nachgeguckt, oh, Autosniper kill. Hat einer von euch eine Autosniper? Komm hoch und so wie Fully die Autosniper weglegt so vor mir. Oh nein. Scheiße. Dann bin ich einfach nur weggegangen. Ja. Und genau in dem Moment kam ich halt, das war ganz praktisch. Hey, auf der Map liegen diese Granaten so oft rum. Du darfst mir die Runde sagen, wenn ich sprengen kann dann. Boah. Aber hilf's dir auf. Ich hilf's dir auf. Muss ein guter Moment werden. Ah, da oben, den ich zum Beispiel. Hab ich sprengen gehört? Ja, aber mit einer normalen Granate. Okay. Komm mit Zombie, wir machen Traitor-Tester. Ich will nicht mich sprengen. Okay. Einfach nur einmal drücken? Bei dir oder bei mir? Ist mir egal. Müssen wir dich runter? Ja. Oder Sean möchte machen, glaube ich. Sean guckt einfach nur zu. Okay. Genau, ich bin Beobachter. Da vorne müssen wir. Ich hätte gerne lieber eine Galil oder ein Hammer. Also, ich war's nicht, aber wir sind auf der falschen Seite. Hier liegt Johnny tot. Echt? Oh. Chillig. Unbekannter Schaden. Unbekannter Schaden. Schon wieder. Unbekannt. Gesehen. Ja, da liegt hier. Und 125 Schaden hat er bekommen. Oh, ne. Das ist Johnny. Nö. Aber hier ist falsch. Aber hier ist der andere. Aber hier ist nicht der Traitor-Tester. Ne. Der ist dann doch. Der dachte, er muss ja oben. Der muss da sein, wo die Steuer, wo das Lenkrad ist. Die und die wir einfach kriegen. Die, die wir einfach kriegen. Ich schießt. Ah ja. Die Schaden kommt nicht um. Die große Handel. Keine Auge geht auch auf erschollen. Ja, Tatsache. Aber wenn keiner gestorben seid. Ja, hier. Hier vorne in dem Bereich ist das irgendwo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich weiß halt nicht mal, ob du innocent bist. Aber dass man selber reingehen kann. Da sollte ich mir eigentlich auf. Ich hätte alleine das haben. Ja. Ja. Also, ich glaube die Runde ist einfach vorbei, bis wir fertig getestet haben oh mein gott also jetzt kann ich auch so jetzt jetzt musst du los okay hast du ein ziel ja voll die schon tun hat mir dann poli poli ok danke wirst du erschießen ich dachte kurz du erschießt mich aber warte ich suche poli ja 30 sekunden ich werde gleich einfach platzen ja ja die alle ich hoffe niemand von uns explodiert weil ich glaube dann passiert aber es ist muss folie sein ich suche leute ja am arsch der welt ich hab mal was ist mit dem monster energy auf der map wieso was ist mit dem ich bin schon dreimal verreckt ich habe ich habe eins getrunken explodiert und der jolly ist schon gestorben das ding was folie und ich mal mit der monster energy rausgefunden haben ist dass man so ein bisschen in den boden sinkt wenn man es trinkt und vielleicht aber vielleicht ist es hier auf der map so weil wir fahren die ganze zeit dass man irgendwie getötet hat ja aber ein bisschen also die energie ist gefährlich hier nicht im untergeschoss ich habe es schon dreimal gemacht und nicht im untergeschoss trinken das ist halt nicht holy energy gesoffen wird nur im ersten stock ja ricky hast du ein brain parasite auf dich angewandt ich teste das jetzt hier im ersten stock auf dich ja habe ich ein monster ich bin nicht dran gestorben aber ich habe geballert wie sonst was ok ich will monster energy leute es gibt natürlich auch von anderen marken energies ne aber die haben keine mods in garrys mods einer weniger wie hast du das überlebt er hat ein dorfwasser gemacht ok ganz kurz hey das war ein dorfwasser ricky hat er geöffnet ok wieso tötet ihr euch alle da war ein dorf ach so den hast du gemacht ich hab ein dorfwasser da dran geklebt ja ach so ich dachte ricky hätte den riesen deswegen ich check nicht wie ricky das überlebt hat ach vielleicht weil hier doch guck mal hier weil hier diese stange ja moggi ist gestorben weil die stange hier in der mitte ist vielleicht oder oh mein Gott jetzt vielleicht ein bisschen damage abgefangen äh hast du ein moggi wurde weggebommen äh Fully hast du ein defipilator hast du ein defipilator hast du ein defipilator im shop ich hab grad keine punkte ich hab den dorfwasser hier gekauft aber hast du einen aber hättest du einen äh ne ich hab ne medigan lader der defipil ist echt selten oder kann das sein ok das heißt du brauchst zwei punkte einmal zum rerollen und ok wir müssen einen traitor töten ok ja dann brauchen wir zwei traitor ne nur einen traitor ich hab zwei schon ok ganz kurz vertraut ihr mir weil dann können wir auf die anderen gehen aber ich vertraue mich nicht heißt das du vertraust ihm nicht ich hab ihn nicht getraut er hat so doof gefragt ich hab ihm kein wort an geglaubt oh man das sind wir einer weniger aber dir vertraue ich dafür kriegst du keine punkte wir brauchen die punkte anders warum hat er das gesagt ok ich kann mich für dich prüfen ja dir traue ich du sagst auch nicht sowas wie oh vertraut ihr mir ok wenn jetzt jemand kommt dann kann ich dir nicht helfen ja hier kommt eh nicht mal vorbei oder ne äh hab 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 grünen ja ok hör auf die typ bewegt sich sehr verlockend das hätten wir auch mit hockey machen können hätten wir ja mit jedem auch hallo warum sind alle tot hallo da kommen sie direkt mit waffen nein 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 es gab es gab komplikationen ja bist du der letzte überlebende somber was der hat ne der hat ne Granate in der Hand nein hab ich nicht hallo Mel Fully kannst mich nicht jede Runde killen nein 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 du bist also du wurdest von dem Dorbass erwischt der für Riki gedacht war aber wollte Riki in die Luft springen der war ja auch innocent ja das aber Spaß und jetzt Fully zu mir ich hab gefragt vertraut ihr mir weil ich ihn innocent getötet habe ich dachte ich ich frag mal nach ob ihr mir traut wenn ich mit euch rumlaufe ja Fully hat doch Fully hat doch Fully hat doch geantwortet er hat mir gar nicht geantwortet er hat mir gar nicht geantwortet er hat mir gar nicht geantwortet statt mit mir drüber zu reden mach mir das jetzt mach ich hier durch geht weg geht weg geh du doch weg ne hier geht weg aber du bist doch gerade weggegangen ja achso letzte Runde schon letzte was okay ich würd gern nochmal ein Monster Energy finden und das ausprobieren ob man das in der oberen Etage überlebt weil ich glaub tatsächlich dass ich immer durch die Welt ausgeschaltet wurde weil ich halt die Schienen berührt hab oder so beim Trinken hier rennt? ja jo jetzt confirmst du mich als innocent um mich dann umzuregen ja ich bin nämlich Traitor ich zünd schonmal hier die Fässer an das wär richtig nötig dann da kommt einer oh Gott jetzt kannst du doch nicht du kannst doch nicht hier runter kommen gerade ich hab mich grad richtig erschrocken alter ich mein ich hab grad ne Granate gehalten und überlegt die hier rein zu werfen aber ich bin halt innocent das macht keinen Sinn ich hab die Explosion gehört und ich dachte einer wirft dir ne Granate runter da kommst du um die Ecke ich hab mich so erschrocken ich hab überlegt die hier rein zu werfen das war so verlochen ja wir töten uns damit nur selber ja das haben wir auch festgestellt und 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 Innocent jetzt Maeve ah nein jetzt hab ich einmal zu oft diesen Joke gemacht mit den ähm Fässern mit den Fässern jetzt geht's weiter Achtung Achtung Jungs da ist jemand oh Gott Short ist noch dabei Short ist noch hier der muss auch noch getestet werden aber wenn wir uns alle durchkonfirmen dann kann die Jagd beginnen halt wirklich da können wir einfach losgehen und rumbersten also jetzt haben wir drei grüne ich kann machen ich kann machen Johnny dein Auftrag ist hier zu gucken jeder der kommt wird getötet jeder der kommt wird getötet ja ich guck ja ok ich kann einfach mal hier ich bin Traitor nein Spaß also ich mein wenn du Traitor bist schießen wir einfach auf die Fässer ja ey Sinnocent nein nein wir sind alle cool oh mein Gott ok ich hab's zu früh gesagt er wär's wirklich ein bisschen ja ich schieß einfach auf jeden jetzt alle schießen wo ist Vicky merkt euch Vicky ist schon tot wir sind das Team wir sind das korrekte Team darfst du nicht so rennen wir sind alle ein bisschen langsamer D Team oh Gott die schubbt mich an sie leben Vicky ist echt tot oh nein ich darf jetzt nicht schießen weil sonst erschieß ich äh ja bitte nicht Boden, Klippe und Sterbe wuh frischend hallo hi Morgi moin Team Team wir haben hier mal den Traitor-Tester benutzt wir haben alle uns den Traitor-Tester durchgetestet in der ganze Runde haben ganz schön viele noch gelebt du hast meinen Traitor-Kollegen erschossen Riki das fand ich nicht so gut das war aber abgemacht ja ich weiß aber dann da hast du meinen Traitor-Kollegen hier und ich dachte mir das ist gar nicht gut für mich Egal machen wir diese Runde nochmal ok aber Energy im ersten Stock hat funktioniert ja ich hab's gehört ja ich hab's jetzt pssch gehört ok Bonus Runde oh was ist yo ich wurde fast oh Bonus Runde ich wurde gerade fast vom Zug was war das boah hast du mir doch nicht gleich in die Arme springen wo durchhalten das hey guck mal Team Indussen ist wieder vereint Team Indussen Aufschlussbester Ratte Ratte und Hocky töten oder ok warum ich glaub nicht dass wir das auf diese Runde übertragen können na weil er jetzt nicht wartet na 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 ich hab Rache an Moggy er hat mich die ganze Runde die ganze Folge down getötet und dann hat er behauptet ich hab ihn die ganze Zeit getötet so ein Schwachsinn ja gut dann lasst die Ratte töten ja gut dann lasst die Ratte töten die ganze Zeit gegenseitig getötet Jungs möcht ihr mich bitte beschützen vor Hocky ich glaub der wird mich töten Hocky wo ist denn Hocky der war doch hier seht ihr denn nicht dass er mich verprügeln will wo ist denn Hocky und Moggy warum brennt der Zug der Zug brennt der Zug der Zug der Zug der Zug hat keine Bremse brennt das kenn ich nicht brennt der Zug hat keine Brems brennt Anlage wo bist du mein Sonnenlicht ich suche dich und vermis all Blockers alle Blocker sind tot alle Blocker sind tot wie ist es der Blocker tot aber wurde nicht identifiziert das ist sehr sass warte mal hat der Traitor seinen Kollegen umgebracht aus Versehen oder der Blocker ist aus der Mitte gefallen ist Johnny tot wir fahren in Fahrstuhl 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 das sieht jetzt ganz blöd aus aber ich war das nicht das sieht sehr blöd aus hä? ich check gar nichts mehr obwohl doch ich checks weil ich bin Traitor oh man wo sind die letzten noch? ich würd so gerne ihm sagen dass er den D4 benutzen soll ich meine andere haben das schon gemacht aber ich mach das nicht hallo ist ja eigentlich hier oben ne? ich war die ganze Zeit in nem Schrank drin ich hab wirklich nichts gewonnen wow ich hab ein bisschen gesmoked Johnny wo bist du? bist du ein bisschen äh au nein du starrst im Weg es tut mir so leid scheiße man ich wollte aufs Dach klettern ja ich verzei dir und werden runtergefallen Hocky ich bin sehr glücklich über unseren gemeinsamen Moment wir haben es wenigstens zusammen gemacht ja aber Maeve der Terrace der war auf Wiedersehen ja ich dachte ich kann ihn einfach umballern aber kann ich nicht besser konnte man die Bokkornos nutzen den Zug umrennen kann ich ihn auch nicht der Zug der Zug der Zug hat jetzt ein Ende der Zug der Zug war aber sehr spaßig der Zug hat jetzt ein Ende der Zug hat jetzt ein Ende solide ja wir hätten mit nicht so viele am Ende findet man sich nicht runden wie ich gedacht hätte ja ja bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss